Isaac! Willkommen! Halt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weiß sie das? Niko? Ja. Hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind fünf Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber sechs Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und in Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist was als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf EG7. Stell dir vor, du müsstest sechs Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. EG7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht dein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Ich möchte mir Isaac anschauen die ganze Zeit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du dabei bleiben. Hallo. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, ihr spricht das Notfallteam der USG Callion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Callion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Ah, da ist wohl das Kommunikations-Arite-Effekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Jam, Johnson, Rikosra... Nicky. Hallo, Bucky. Das ruckelt oder so. Ich möchte das einfach smoothen, Leute. Hallo, Megix. Geht nicht. Verliere die Kontrolle. Willst du den Kreis? Scheiße. Falsch am Kurs. Daniels. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell. Wir werden in die Höhle krachen. Jam! Wieder auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Ich müsste meinen Stuhl auch noch wackeln. Geht es allen gut? Wenn okay. Geht es schon. Der John ist ganz okay. Ein Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jam, wie sieht es bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskanister belastet. Schlimmer sein aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken Hansani. Alle anderen zu mir. Im Original hat Isaac an der Stelle auch keinen Helm auf. I know, aber man sieht Isaac so selten. Wisst ihr? Deswegen muss man Isaac... Man muss das Gesicht sich gut einprägen. Wir lieben Sekten. Ja, es wird im zweiten Teil aufgearbeitet mit der Mutter, ne? Es ist jetzt schon länger her, dass ich die drei Teile gespielt habe. Aber der zweite Teil war von der Story her so geil. Na, immerhin ist das Signal noch da. Komischerweise ist es bei Mess-Weck genauso. Der zweite ist der beste. Fand ich auch. Vom Pacing her, vom RPG-Anteil her, vom Action-Anteil her, es war richtig geil, der zweite Teil. Gebt mehr Credits. Kann ich hier schon, kann ich schon irgendwo drauf treten? Ne, wahrscheinlich nicht. Ups, da war grad ein kurzer Ruckler. Das Spiel hat sich gesagt, nein, tritt nicht auf mich. Au. Warte, hier an der Stelle hat er mir gezeigt... Moment, hier an der Stelle hat er mir gezeigt, wie ich... Moment, Moment. Auf welcher Taste seh ich nochmal, wo ich hin muss? Hm. Leite den Strom zum Aufzug um. Was denkst du, was ich hier mache? Hm. Okay. Da ist was auf dem Boden. Ist das? Isaac, her mit dem Schadensbericht. Oh Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Nicht gut. Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die HW Shimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails... Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da, die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder satt haben. Gefährliche Anomaniere gestrieren. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Am besten hier, ne? Hier sieht man schon gut. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ja, ich hör's. Damant? Ganz ruhig. Daniel, spring ja auf die Wette. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Komm! Oh Gott! Ah! Ah! Nein! Ich mach die Tür noch! Jack! Raus da! Ich kenn mal die Tür! Ich hab geklappt! Los, los! Lass mich los! Komm! Komm raus! Komm! Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, er... Okay. Wenn du das driver nachdenötend... ... Das ist schade! Set! Get healthcare! Der covered auf dir, olha.. Geht... Oh, hey! Cut off their limbs! Okay, zielen. Okay. Okay. Okay, F ist irgendwas mit unserer Gesundheit. Tritt! Ich dir das jetzt mit. Das ist mir. Aha! Okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, Leute, die wir nicht umbringen, da kommt nichts raus, okay, okay, aufs Menschen kommt nichts raus, nur dass ihr wisst, nicht auf Menschen drauftreten, wenn sie tot sind, weiß ich auch nicht mehr. Wow, okay. Hallo, hallo. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinge? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wir können das die Crew sein, ich mein, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren tausend Leute an Bord, irgendwer wird da sein. Geht nicht, die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker, wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Bei mir ist alles gut, Bohantäne. Ich hoffe, bei dir auch. Ich bin bald zurück. Gut, dass ich vorher gegessen habe. Bringen die Monorails zum Laufen. Ach ja, die Monorails. Stimmt. Ich bin da die Platine. Wohlreit. So, okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Würstchen. Ich weiß. Ich weiß, was ich machen kann. Ich kann die Beine abtrennen. Ah, hier. Nice. Und dann kann ich hingehen. Und so machen. Ist das die Monorail? Der Wartungssektor. Ah. Ich weiß, ich muss hier nicht langen. Oh, da muss ich hier langen. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das hält sie nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme. Ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Nein. Hm. Tucker plant. Ich habe sie richtig. Tatsache. Wow. Du Arsch. Arsch, die Balls. Kann auf die Dinger schließen, ne? Arsch, komm. Arsch, komm. Arsch, komm. Arsch, komm. Komm ich hier rein? Kredits. Hallo Micha übrigens und Hallo Moppy macht Hops. die 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 danke dir das ließ nicht für den follow habe ich mich schon bei castra da bedankt für den follow wenn nicht dann danke dir vielen dank möchte nur ganz kurz sagen alleine schon die ersten 10 weiß ich nicht 15 minuten kalisto protokoll keine schnitte gegen das spiel gar keine an der folge lichter aufzüge brauchen wir den aufzug wahrscheinlich brauchen keine licht wir brauchen kein licht danke dir mehr schweinchen mama für fünf monate und hallo danke dir vielen vielen dank fragt mich wir munition verlieren man sieht richtig wie es ausgebildet gut Ich wusste, dass da einer rauskommt. Und auch, ne, ich möchte nur ganz kurz sagen, es wurden so im letzten Jahr vor allen Dingen Spiele gefeiert, die ganz wenig, ganz wenig Hut hatten und so, ne. Red Space hat das schon ganz lange. Red Space hat einfach das Hut an der Person, an Protagonisten. Irgendwie bekomme ich gerade Predator-Vibes auf, oder wie hieß der Film nochmal? Äh, Alien, oder eher? Also, finde ich. Do-do-do-do-do-do-do. Also, sehne. 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 Wer? 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 Wer atmet hier? Wer atmet hier? Was ist hier eigentlich? Ist noch ein Knoten. Ne. Muss ich hier die Platine? Ja. Okay. Ach, ich hab vergessen, wie cool ich Dead Space finde. Äh, vom Gameplay her, bis. Äh. Hallo. Und wenn alle sind? Warum süße ich? Die doesn� Videos... Entfer Hasta. Und wenn Jesus nicht fertig ist, dann Marie stra Marilyn, komm mal bitte lose! Amen. weißt du jetzt ist am anzug ist wirklich erklärt so wirklich am anzug ist jetzt einfach noch eine andere anzeige die gelbe das ist einfach die stase anzeige dann gehen wir erst mal hier lang alles gut also durchatmen alles fein alles gut alles gut gehen wir erst mal ins bad uns abkühlen die haben mir gesagt die anderen mitzubringen ich weiß nicht mehr wie die steuerung vom ersten teil war aber ich weiß dass ich mich ab und zu über die steuerung aufgeregt habe hier ist die steuerung echt erste sahne kralle gelöst nachricht abgerufen benzen an maschinenraum habt ihr ein stase modul wir brauchen eins in der monorail wartung sofort der autolader ist hinüber hier ist ein kaputter monorail wagon auf den schienen und wenn alles blockiert ist den rufen sie dann wohl hier tempel wir schicken ein stase modul was ist denn mit dem automatisierten lader keine ahnung hier geht gerade irgendwie alles kaputt und und ich höre dinge unten in den gängen wo niemand sein kann weißt du ich weiß reparatursystem online ladesystem reinitialisiert fehlfunktion des automatischen laders bitte wenden sie sich an einen reparatur techniker halte und halte krallen manuell anbringen um reparatur zu beginnen ich weiß dass ich das irgendwie mit stase machen muss gerade da kommt auch noch einer raus ne lechter ladegreifer befestigt lechter ladegreifer befestigt ich hätte mir doch ein bisschen noch schwerer stellen wollen ich mag irgendwie keine milch deswegen habe ich auch kein kakao probier mal hafer hafer milch also mit aus hafer ich weiß das bestimmt schon aber weil ich mag mich auch nicht also hat es schon vorher auch nicht so gerne ich gehe zur monorail steuerung dort kann ich dir eine fahrgelegenheit zur brücke besorgen gut beeil dich ich höre komische geräusche direkt unter meinen füßen wir haben jetzt gar nichts hier von mitbekommen weil wir die ganze zeit kämpfen mussten haben wir die alle ausgenommene ich habe schon warte und abgeschöpfen monorail wird angefordert alle sauber ich darf halt nicht mitkommen ne isaac ist halt der lauf bursche tschüss wir sind an bord das dach wurde getroffen aber es ist noch intakt die quarantäne ist aufgehoben der weg zum hangar ist frei aber die kommunikation ist tot seit vorsichtig wie ist der plan du und johnson reparierte karrion wir melden uns auf der brücke standard notfall protokoll protokoll hier sterben menschen ich werde nicht noch mehr verlieren halten wir uns an die vorschrift oder schaffen wir es auch hoffentlich boah ja die haut auf pudding Nee. Kassen. Hallo. Oh fuck. Weinen. Hey! 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 Hey, Isaac! Ich bin hier! Ja, ich bin dabei. Isaac hier, Isaac da. Weißt du? Ob die das alles nicht alleine können. Ich bin hier durch. Aber für den Rest brauchen wir einen Experten. Hallo. Was hast du da? Ist das Blut? Hayley, hör mir zu. Die Mishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac... Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Äh, ja. Da ist der. Ich hätte mitkommen sollen. Ja. Was ist das? Oh, Gott. Wir sind wieder die Tetschkern. Los! Tony! Los! Ausunt interdisciplinary! Was ist das? Was ist das? SeppKirfrehef! erzähl! Das siegren an... Ich bin eher sicher. Wann bist du immer frei. Oh, die hier sind so eklig, weil die so schnell sind. Oh, kein Problem. Die Kallion war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain. Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol die seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Ich nicht. Übrigens hat Dead Space es auch sehr gut gemacht, dass so Cinematics und so gut ins Spiel eingebunden sind, aber trotzdem cool aussehen, wisst ihr? Ja? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe das. Aber ich liebe das! Deswegen sind die Inside-Best und diese Gespräche. Ich liebe dein stellar Runden. Ich liebe das. Ich liebe mich, dein Lieben... Ich liebe dich. Ich liebe dich.